Ich mache jetzt aber nicht mit dem Melko wieder weil es hat wirklich nicht so viel gebracht Haja ja 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 ja, falsche, falsche Waffe, ja, falsche Waffe Ja, ich mag sie wirklich gerne Aber nicht nur aus Grund XYZ, sondern wirklich weil sie einfach Bombe sind Leute hört auf mich selbst abzuknallen 2900 krebs einfach so bringen ja die fallen dann so aus dem hintern raus ja toll aber du bist zehn kilometer entfernt ja ja da sind drei goldmünchen du kannst sie auch so in der art bringt wenn ich einfach mal den hier machen sollte eigentlich boah starlos das war gerade ein heben stückte kampfläufer danke dass du uns eben mal kurz guckt hat hier eine überlastung nein hat keiner ist ja klar oh scheiße oh scheiße oh scheiße habe ich nicht gerne habe ich nicht gerne habe ich nicht gerne habe ich nicht gerne stirbt nicht du mann der andere ja aber ich habe schon und du musst auch nicht alles tun was ich sage mann ich habe ich hatte übrigens auch halbes schilder oder halbes schilder aber die machen ja da du hast glaube ich sogar volle schäden oder der missen sind der ich weiß gar nicht keine ahnung ich bin wie er sagt immer noch da kommt gleich ein gegner und ich habe schon die heute war ja geht nicht der rennt sich ja hier vorne irgendwo hin ja ich kenne ihn doch was der schießt mich ab man hört auf mich ha ha du meine güte wie das die pistole auskostet ach egal aber ich kann was ja er kann wirklich gut fliegen vor allem wie die hier in der decke hängen ist auch geil so ach ich liebe diese singularitätsfähigkeit was macht die eigentlich die erzeugt ein masseneffekt fällt was alles zu schwerelosigkeit verhilft dass die gegner acht dahinten ist gegner der front camper wo ha ja 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 nicht nett nicht mit krummel ist noch volles leben bis die 22 so und jetzt nehme ich mal geben kurz eine andere wumme obwohl mit dem machine gewährt sich schon gut gehalten natürlich aber ich hoffe mit dem hier bringt mehr soll ich dir sagen wann da ja 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 ich krieg schon mit der entweder nicht retten gemein und überhitzung die ganze zeit triffst du sie schon das war so und wo ist jetzt der andere gegner bitte sie auch noch einer auf der karte der versteckt sich irgendwo ganz greift ja irgendwo im nirvana okay jetzt wahrscheinlich nach links jetzt links naja wo gibt es denn hier überhaupt einen weg ach guck mal das ist vielleicht schwere durch befriedigung auf einmal starte man aber überbrücken weil wieso sollte ich weil ich brauch doch hier die zeit nicht ich hab's doch dicke gegner was wir wachsen dicke oder ja was sind eigentlich das wirklich für typen die da auf dem ding sitzen keine ahnung ich würde mal vermuten proteaner hier sowieso alles proteanisch ist ein bisschen zumindest so scheinbar und ich höre schon wieder musik für kampf ja 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 was ist denn hier hinten ist überhaupt irgendwas vermute mal eher nicht sie ist jetzt zumindest nicht danach aus denke ich jetzt nicht ehrlich gesagt weil ich jetzt noch weiter und das sieht nicht so aus als wenn der man fertig mit dem weiter meine güte geht es hier lang ohne gegner und ich sehe da hinten irgendwo gegner aber ich verschließe die augen vor dem von dem bösartigen warum auch nicht hier warum wollen ja 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 ich nur ein danke dass sie alle den den schaden für mich abgehalten hat ich will nicht nochmal ja vor allem darauf noch gleich barriere darauf meinst du nehmen ich wusste meine andere dumme aus dass sie keine visiere gibt für also sniper visiere wie im aspekt das finde ich sehr schön Aber das gibt's da ja nicht. Wer schießt mich denn da ab mit Kram? Was ist denn hier so? Ah. Ich glaub, du könntest sogar theoretisch die ganze Zeit weniger reinpfeifen, weil du kriegst immer Neues. Ich glaub auch. Könnte sein. Wäre zumindest... Diese blöden Kisten, die die ganze Zeit mir im Weg fliegen. Das mit der Singularität ist übrigens sehr praktisch. Wie man grad vielleicht gesehen hat. Ah, danke, dass du mir das sagst. Wo ist denn die gesicherte Kiste, die ich hier gerade aufgeblitzt habe, sehen, tun, äh, möchten, wollen? Haha. Ei, ei, ei. Bitten im Flug. Haha. Das ist ein bisschen. Ja, ja. Mann. Ja, getroffen. Und noch einer. Sieh schon. Wo? Ah ja, da. Gut. Hochsteigen. Hey, wir haben klettern gelernt auf einmal. Geil. So, und ich denke, da hinten gibt's nicht viel. Okay, dann geh ich mal einfach hier lang. Ja, und hier kann man sicher auch noch... Nee, hier kann man nicht hochsteigen. Wäre auch zu schön gewesen. Wäre auch zu schön gewesen. Ähm. Ach. Garus. Ja, Garus. 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 Geht's hier lang? Nee, da oben müssen wir irgendwo hin. Ich hab keine Ahnung wie. Aber da, ach, da geht's lang. Ach, super. Schön. Hallo, Türsteuerung. Oh, und hallo, Weg in die Tunnel hinab. Interessant. Irgendwie sieht's aber aus, als ob du ein bisschen hoch fährst. Dann eben nach oben. Oh. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass es so schnell geht. Wo ist denn Gegner... Äh, ich erstmal gar nicht, also speichere ich. Obere Ruinen. Ach, schön. So. Geht's hier runter? Nee, ich glaub eher weniger. Ach ja, da hinten geht's lang. Bitte schwere Dischöpfierung. Hallo. Tsunami und Smitmitar. Super. Aber können wir sowieso nicht gebrauchen. Insofern. Geht's hier runter? Das war da, wo du grad warst. Und jetzt bist du oben. Ich würde mal sagen, du musst nach rechts. Ein bisschen weiter, ja, genau. Meinst du? Hoch? Niemals. Doch. Nein. Schade. Also war das hier einfach nur, äh, Glück. Mitte schwere Dischöpfung. Dischöpfierung. Dischöpfierung. Tolle Kiste. Also einfach nur ein unnützes Krams. Naja, egal. Hat ja nicht allzu lang gedauert. Okay. Dann war das also das, was ich gesehen hatte. Gut. Damit kann man leben. Ähm. Ah, ich frag mich, wo wir lang müssen. Hier hinten sieht's gut aus. Oder wir kommen hierher. Kann natürlich auch sein. Ciao. Äh, geht's hier hinten vielleicht? Ich guck mal nochmal da, wo... Ach, ja, hier kommen wir, glaub ich, her. Aber ich glaub, in der Richtung gab's auch weiter nicht groß was. Kam mir jetzt zumindest zuvor. Dann gehen wir mal... Ich glaub, da kamen wir nicht her. Weißt du? Keine Ahnung. Also meinst du? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich finde, es sieht jedenfalls nicht danach aus. Also da drüben sehe ich ja die ganze Zeit diesen komischen Punkt glitzern. Das Ding sieht aber so aus, als wär's schon... Dann waren wir doch hier. Ach, da ist ein Gegner. Unten wahrscheinlich unter uns. Ach, na toll. Ja, da waren wir doch hier. Äh, was ist denn das? Ach, super. Geil. Hier können wir also nicht langen. Eine Telefonanlage. Ja, da. Ach, geil. Mit Tassen. So. Wo müssen wir denn lang? Bitte sehr, Leute. Sagt mir doch... Ich glaube, wieder zurück und dann... Ich doch hier nicht... Ach ja, hier lang geht's auch noch. Ah ja. Ach ja. Oh ja. Ach schön. Ach, super. Hier ist auch der Gegner. Ja, da sieht man auch irgendwo was. Hier um die Ecke? Hey. Hey, 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 hey. Schwere, das Schiff. Oh ja, ja, ja. Ich bin ja nachts. Ich bleibe in Angst. So viele Scheiße hier überall. Ich hoffe, ich auch immer noch vorhersehe, die ganzen Munitionen. Wer? Achso, nee, die Dinger, die haben, die generieren das selber irgendwie. Peter muss meine Munition sammeln in anderen Teilen. Da braucht man dann, äh, also, so, ähm, was, wie nennt sich das dann, ähm, Kühlkörper. Die funktionieren dann wie, äh, Munition. Aber die Dinger generieren sozusagen ihre, ihre Schüsse selber. Es sind gar keine Kugeln, die durchgegen Ballast ist irgendwie Energiestöße oder so. Und dann haben Sie einen Bild dynamisch,лег den Bildern pitch. Bis zum nächsten Mal.